Ihr wolltet mehr VR, ihr sollt mehr VR willkommen und heute beschäftigen wir uns direkt mal mit dem aktuellen Highlight für jedes VR-Headset auf dem Markt, Pistol Whip. Quasi der John Wick Simulator. Was das bedeutet? Komplett selbst erklären und verfickt nochmal geil. Passend zum Titel haben wir auch den perfekten VR-Sponsor an Bord, nämlich Oculus. Die haben vor einigen Monaten die Oculus Quest rausgebracht, ihr Oculus Headset, für welches ihr kein PC benötigt, keine Kabel, generell eigentlich nur euch selbst. Mit der Quest könnt ihr überall ohne Laptop, ohne PC, ohne externe Hardware VR zocken, aufzeichnen und sogar streamen. Wie gut das funktioniert, seht ihr ja auch gleich im Video. Dank Chromecast-Support könnt ihr eure VR-Screen auch auf den großen Fernseher werfen und dann gibt es ja seit neuestem auch noch Oculus Link. Das macht aus eurer PC-Free-VR-Brille eine PC-VR-Brille. Einfach USB-C-Kabel anschließen und schon könnt ihr sämtliche PC-Software, egal aus welchem Store, mit der Oculus Quest spielen. Das All-in-One-VR-Headset von Oculus gibt es derzeit ab 449 Euro. Wer bis Ende Januar zuschlägt, der erhält die komplette Star Wars Vader Immortal Serie auch noch kostenlos dazu. Alle Informationen zur Oculus Quest, zum Spiele-Lineup und zu Oculus Link erhaltet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Checkt die Oculus Quest unbedingt mal aus, supportet so auch Gaming-Clerks, vielen Dank also dafür schon mal und taucht ein in die großartige Welt von VR! Aber genug über die technischen Sachen der Oculus Quest. Ihr wollt ja eigentlich Pistol Whip sehen und deswegen habe ich mich mal nach unten begeben in das Nerd Factory-Set, weil oben würde ich alles zuschreien und werde jetzt eine wunderschöne Runde mit euch spielen. Und das Schöne ist, ihr werdet das Spiel instant verstehen. Ich brauche keinen großen Text als Review-Text-Pawn, weil man versteht's. Und auch was Schönes ist, ich kann meine Brille auflassen, denn überhaupt gar kein Problem mit diesem Headset. Und deswegen, let's go Leute! Und damit herzlich willkommen erstmal im Oculus Quest-Menü. Das ist so das Standard-Menü, was ihr seht. Hier könnt ihr alles machen. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum ich gerade nur einen Controller nutze, natürlich liegen zwei Controller der Packung bei, aber für Pistol Whip brauche ich nur einen und deswegen nutze ich auch nur einen. Und falls ihr euch auch noch fragt, warum habe ich denn hier nur so eine Ansicht? Ich glaube, die müsste links sein. Ich hoffe, ich erzähle gerade keinen Schwachsinn. Das liegt daran, dass die Oculus Quest, wenn ihr sie PC-free nutzt, in der Recording-Funktion ein Auge aufnimmt. Und das tut sie, damit euer Akku nicht direkt wegschmilzt, weil das halt auch viel Leistung fressen könnte. Deswegen nicht wundern. Wenn ihr wollt, könnt ihr aber natürlich die Quest über Chromecast-Mirror und ihr könnt natürlich auch über Oculus Link einfach den Screen komplett capturen, wenn ihr das wollt. Aber wir wollen komplett PC-free spielen und deswegen, let's go! Und dann herzlich willkommen in Pistol Whip. Ja, so sieht der Spaß aus. Hier ist meine Knarre. Mehr brauche ich nicht. Und ich werde euch jetzt einmal ganz kurz anhand des Trainingsmodus erklären, wie dieses Spiel grundsätzlich funktioniert. Ist nicht sonderlich kompliziert. Ich habe relativ viel schon gespielt, deswegen nicht wundern, dass mein Aim on Point ist. Ähm, genau. Wie funktioniert Pistol Whip? Ich werde jetzt kurz sterben. So. Pistol Whip funktioniert wie folgt. Das ist so ein bisschen der John-Wick-Simulator, wenn ihr wollt. Ihr lauft durch dieses Level automatisch. Es gibt Musik, es gibt einen Rhythmus und es gibt eure Knarre. Nachladen könnt ihr die, indem ihr die nach unten haltet. Ihr seht hier, wie viel Munition wir haben. 15 Schuss. Und dann geht es einfach darum, durch dieses Level zu kommen und alles abzuballern. Ähm, das ist jetzt natürlich noch relativ simpel. Es gibt auch, ähm, wie ihr seht hier, woop, Hindernisse, denen wir ausweichen müssen. Relativ easy. Wie gesagt, ist jetzt noch das Tutorial. Meine Hose rutscht. Und Pistol Whip bedeutet halt auch Punch. Das ist aber natürlich auch noch eine Methode, wie wir die Gegner besiegen können. Und das ist das ganze Tutorial. Äh, es gibt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Nein, Quatsch. Das ist das, äh, äh, Training. Zehn. Zehn verschiedene Missionen, beziehungsweise Songs, die wir natürlich auch mit Tempo und Co. beziehungsweise im Schwierigkeitsgrad anpassen können. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem, ähm, Black Magic. Ah, komm hier. Grave. Genau. Hier sehen wir alle Informationen dazu. Songtitle, Artist, Tempo, also wie viel Beats per Minute, wie lang der Song ist, wie viel Gegner drin sind und mein Personal Best. In diesem Fall null. Warum? Ach, weil ich mit einem anderen Profil eingeloggt bin. Ich bin doof. Ähm, ihr müsst das übrigens nicht freispielen. Es geht sofort alles. Läuft sofort. Ja, dann würde ich mal sagen, Start. Man kann seine Knarre übrigens auch anpassen, aber das zeige ich euch gleich. So, und ab jetzt ist alles selbst erklärt. Finde ich. Und ihr werdet jetzt sehen, was für einen coolen Skill und Aim ich in VR hab. Und falls ihr denkt, Mann, was soll ich dazu? Wieso kann der so gut zielen? Weil das in VR so geil funktioniert. Also ihr könnt wirklich, wenn ihr Bock habt. Scheiße, da wollte ich's cool machen. Es ist halt wirklich unglaublich, wie gut man zielen kann, wollte ich gerade sagen. Und dann treff ich nix. Es ist unglaublich, wie geil das funktioniert. Und es ist unglaublich, wie viel Spaß das macht. Weil ihr könnt das natürlich auch quasi in einem Party-Modus spielen. Also mit euren Freunden zusammen. Und dann einfach auf Highscore-Jagd gehen. Es ist so großartig. Also ich... Dieses Spiel ist einfach großartig. Es ist einfach... Es ist so simpel. Wir spielen übrigens auch leicht. Weil ich wollte ja erst mal zeigen, dass ich zielen kann, bevor ich mich komplett reinschmeißen. Und vor allem möchte ich dabei noch kommentieren. Ansonsten... Boah, Scheiße! So großartig! Also ihr... So gut! Also ich kann... Das ist... Der Review-Text ist geschrieben. Äh, der Text besteht aus Einleitung, Hauptteil und Ende und überall steht so gut! Aber ich bin auch gut. Ah Gott! Wie atypisch ist es halt auch scheiße anstrengend. Aber im positiven Sinne. Der hatte ein bisschen mehr Rüstung, deswegen hat er mehr Schiss ausgehalten. Das Schöne an Pistol Whip ist auch, es ist ein Spiel, das Room Scale benutzt. Das unterstützt natürlich Oculus. Überhaupt gar kein Problem. Aber es ist nicht so, dass man viel Raum dazu braucht, wie ihr seht. Man muss nur sich ein bisschen hin und her bewegen können. Das sollte in jedem Wohnzimmer funktionieren. Ihr seht ja hier, rechts von mir steht ein Stormtrooper. Ich habe jetzt nicht unendlich viel Platz hier. Aber ich brauche es auch nicht. Na, da warst du Schießmann. Tatsächlich kann ich so besser zielen, als wenn ich so meinen Arm als Stützel nehme. Unglaublich. Das Geile ist, man fühlt sich mega geil, wie man spielt. Also es sieht nicht so stylisch aus, wie ich glaube, wie es ist. Ja, und ihr wisst ja auch, die Oculus Quest und auch die Rift S benutzen dann Inside-Out-Tracking. Das bedeutet, ihr braucht keine Sensoren. Also, ihr braucht keine externen Sensoren oder Boxen oder irgendwas. Das läuft alles über die Sensoren in dem Headset drin, die ihr vorne seht. Und wie ihr seht, funktioniert das hervorragend. Also auch wenn ich die Waffe jetzt von hier reinhole, die Sensoren wissen sofort, wo alles ist. Haben kein Problem. auch ein wenig mit der KI nachzudenken, dass wenn die Waffe hier ist, okay, ist ja noch ein Bewegungssensor im Controller drin. Das checkt das alles. Wow! Ja, okay. Ihr habt das Spiel verstanden. Ihr habt gesehen, dass ich was kann. Und jetzt, liebe Leute, ist es glaube ich Zeit. Äh, Scene Select, Entschuldigung. Einfach mal ein anderes Level zu wählen. Ich bin absolut außer Form. So, auf was für einen Song haben wir denn Bock? Achso, ich wollte euch ja zeigen. Und zwar, wenn wir hier auf diesen Kasten schießen, auf den Kasten schießen, können wir hier auch unsere Waffen anpassen. Ich habe hier oben die schon angepasst. Äh, wir können halt hier sagen, welches Muster sie haben soll. Farben. Na? Das Metall können wir anpassen. Können sie auch invertieren. So, worauf man Bock hat, ne? Und achso, bevor wir es vergessen. Ähm, ihr seht ja hier quasi auch, hinten ist Exit, das interessiert uns nicht. Aber hier seht ihr halt auch, ähm, den Highscore. Und hier können wir halt auch uns mit Freunden vergleichen und so weiter und so fort. Und halt auch gegeneinander quasi spielen, indem wir uns vergleichen. Oh, wow. So, also. Worauf haben wir Bock? Okay, ich würde mal sagen, Zeit für normal. Übrigens gespeichert wird, äh, das interne Recording und auch alle Spiele, die ihr habt, auf einer internen, auf einer internen Speicher. In diesem Fall habe ich 64 Gigabyte. Das reicht. Wer aber mehr will und vor allem auch viele eigene Filme vielleicht auf die Quest laden möchte für, für die eigene Filmbibliothek, der sollte zur größeren Variante greifen. Aber ihr könnt natürlich auch einfach Netflix gucken. Wow, wow. Hei, hei, hei. Genug gelabert. Ach, das ist überhaupt kein Ende. Oh! Oh! Ah! 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 Hei, 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 hei. Ah, scheiße. Natürlich darf man nicht so oft getroffen werden. Oh, Gott. Und diese Wände sind natürlich auch ein Schuss. Ihr seht aber auch das Interface. Oh! 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 Äh. Chillt mal ganz kurz ein bisschen. Hei, 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 hei. Oh! Scheiße. Scheiße. Oh! Oh! Na, fuck. Der war gut. Aber von ihm. Äh, getroffen werden könnt ihr übrigens nur da, wo euer Sichtfeld ist. Das ist nicht wie bei Superhot, wo man einen ganzen Körper hat. Das wäre sonst auch wie ein Schuh irgendwo zu spielen. Es geht immer nur um den Kopf. Oh Gott! Woah! Woah! Ow! Oh! Oh! Leute, wie's mir geht, fragt ihr euch? Scheiße. Oh, 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 oh Gott. Oh Gott, da ist der Helikopter, da wollen wir hängen, hier kommt doch was, ne? Oh Gott. Ob das Spiel Spaß macht, fragt ihr mich. Ob das anstrengend ist, fragt ihr euch. Ob ich konditionell komplett im Arsch bin. Ob die Oculus Quest vom Tracking her funktioniert, technisch funktioniert und eigentlich ein supergeiles VR-Headset ist. Und wie ich finde, auch das beste All-Around-VR-Headset derzeit, wenn man's mitnehmen kann, man kann zuhause spielen, man kann die großen PC-Spiele über Oculus Link spielen, man kann die On-The-Go-Spiele wie Pistol Whip überall spielen, wo man Bock hat. Ist geil. Klickt auf den ersten Link in der Videobeschreibung, kriegt ihr alle Informationen für Oculus Quest. Pistol Whip gibt es in allen sämtlichen Stores dieser Welt, auch natürlich im Oculus Store. Ich brauch Wasser, Leute. Geiles Ding. Geiles Ding. Dein